Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Ja, heute mal wieder ein Beauty-Video, ein DM-Hall. Und zwar, ich war einkaufen bei DM und habe nur mal für euch Pflegeprodukte gesucht. Ich wusste, dass ich mich dabei verspreche. Ich habe Pflegeprodukte rausgesucht. Ich habe ja ein Video gemacht, wo was kann man tun bei Pickeln unreine Haut. Darauf ist ein sehr großes Feedback gekommen, dass Leute scheinen, hey, kannst du nicht nochmal ein extra DM-Hall machen? Einfach nur mal für Pflegeprodukte fürs Gesicht. Ich habe euch ja erwähnt, dass ich persönlich relativ wenig mache. Ich creme mich relativ wenig ein. Habe mich dann aber mal informiert, bin mal losgegangen. Es ist bei mir tatsächlich so, ich würde jetzt nicht irgendwelche Produkte euch zeigen, die ich nicht selber ausgetestet habe, wo ich nicht meine Erfahrungswerte zu berichten habe oder wo ich meine Erfahrungswerte mitgemacht habe. Das heißt, nach dem letzten DM-Video habe ich mir eure Kommentare durchgelesen, bin dann zu DM, habe mal Sachen für mich ausprobiert geguckt, was finde ich ganz gut, was würde ich benutzen, was kann ich euch empfehlen. Das heißt, es gibt natürlich immer noch bessere Produkte, aber das wirklich, was ich jetzt habe, so einfach mal von DM-Seite her das Beste, was ich benutzen würde und derzeit benutze. Als allererstes möchte ich euch einen Tipp mit auf den Weg geben. Ich hatte damals, als ich das Video gemacht habe, danach hat sich meine Haut irgendwie verschlechtert. Davor auch schon, ich hatte enorm viel Stress gehabt. Pickel sind bei mir immer stressbedingt. Also wenn ich viel Stress habe, viel schwitze und auch Sonnenbrillen trage, total lustig, muss ich euch mal erzählen, ich trage Sonnenbrillen und dann bildet sich da unten unter dem Bügel sozusagen der Schweiß bei mir und dann kriege ich da richtig krass Pickel. Seitdem verzichte ich tatsächlich gerade auf Sonnenbrillen, weil ich einfach keinen Bock habe, diese Pickel. Ich hatte ja so einen krassen Pickel da gehabt. Ja, und bei mir ist es sehr stressbedingt, gar nicht so ernährungsabhängig, sondern mehr stressbedingt das Ganze. Und dann habe ich mit meinem Mitbewohner gesprochen, André. André Merzhoff übrigens, verlinke ich auch mal hier für alle Leute, die mehr Fitnesstipps haben wollen. Der Junge bereitet sich gerade vor für Mr. Olympia. Das ist so die sogenannte Weltmeisterschaft im Bodybuilding. Und der erkennt sich halt sehr, sehr gut aus mit Supplements, die man nehmen kann, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also einfach mal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und dann habe ich gesagt, André, guck mal meine Haut an, was kann ich tun? Und dann hat er mir erzählt, Marc, nimm doch mal Kieselerde mit Zink und gibt es bei DM bei Rossmann überall von Doppelherz. Und zwar, ich kann euch das, ich habe es leider schon, ich habe die Verpackung schon weggeschmissen. So, das sind diese Tabletten. Ich blende euch jetzt aber mal ein Bild ein. So sieht das Produkt aus, liegt, glaube ich, bei 3 Euro, 4 Euro. Das habe ich genommen morgens und abends. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich nehme die Tablette und sofort müssen alle Pickel verschwinden und mein Hautbild muss sofort rein sein. Aber das funktioniert nicht. Also nehmt das mal eine Woche lang durch. Und ich habe richtig gute Erfolge damit erzielt. Die liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich nicht mehr so viel Stress hatte, ein bisschen entspannter und relaxter geworden bin. Die einen oder anderen, die mich auf Snapchat verfolgen, sehen sich. Ich gehe zwischendurch auch mal in den Wald und versuche einfach runter zu kommen. Jetzt spreche ich auch langsamer. So Leute, gerade noch bei mir im Studio. Jetzt bin ich hier schon wieder draußen in der Natur. Ich habe es ja schon erwähnt. Für mich ist es total wichtig, so einen Ausgleich zu finden zwischendurch mal ein bisschen runter zu kommen. Auch jetzt gerade die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich kann es euch nur empfehlen. Genießt ein bisschen auch die Umgebung, die wir haben. Auch hier, ich bin in Berlin. Bin jetzt hier an so einen schönen See gefahren. Es ist echt so toll. Ja, ich mache einfach weiter jetzt mit dem DM-Haul. Ich dachte mir, ganz ehrlich, das Sinn hätte im Studio die ganze Zeit zu sein, zu reden. Geh raus, mach draußen die Videos. Vielleicht sieht es auch für euch ein bisschen angenehmer aus, als immer nur mein Hintergrund mit Klamotten und sowas. Ja, ich mache einfach mal weiter. Und zwar, oder fange besser mal an mit dem DM-Haul. Ich habe ja vorher nur erzählt über die Kieselerde-Tabletten. Als allererstes wurde ich ziemlich oft danach gefragt nach einer Gesichtsmaske. Entschulde ich mich bitte, wenn die Hunde hier so ein bisschen werden zwischendurch. Das kann ich natürlich nicht abstellen. Ich kann hier für die gute Sonne sorgen. Aber nicht dafür, dass die Hunde nicht pennen. Die wollen auch Kieselerde haben, deshalb bellen die kleinen Pisser. Und zwar ist das einmal diese Maske hier. Die ist sogar vegan. Für alle veganen Freunde da draußen habt ihr sogar noch was richtig Gutes mit dabei. Das ist eine Maske speziell für unreine Haut. Das ist wirklich so ganz angenehm, wenn man die aufträgt. Danach fühlt man sich ganz gut. Ich sage jetzt auch nochmal vorab, ja. Ich bin jetzt seit einem Monat dabei, dass ich überhaupt mal solche Pflegeprodukte intensiv teste. Ich bin nämlich, habe ich euch auch ehrlich gesagt, sage ich euch meine ehrliche Meinung. Ich habe vorher relativ wenig, klar, mal ein Peeling benutzt oder so, aber dann irgendwie nicht so richtig das Ganze durchgezogen. Ich mache das jetzt seit einem Monat. Mit diesen Produkten, die ich hier habe, habe ich jetzt auch nochmal neu gekauft. Und deshalb stelle ich euch das Ganze vor. Als nächstes mal zu einem Peeling. Wurde ich auch ziemlich oft danach gefragt. Ich benutze dieses hier von der Firma Alverde. Das ist so eine der Hausmarken von DM. Aqua Peeling, Meeresalgen. Ja, das könnt ihr auch mit unter die Dusche nehmen. Ich mache das immer, wenn ich meine Haare gewaschen habe, ein bisschen unter den Achsen, ein bisschen die Puschi. Dann nämlich das Peeling, reinige die Poren auch für Mitesser und sowas. Ist das auf jeden Fall geeignet. Kann ich euch auch empfehlen. Macht das einfach mal. Danach ist es ganz gut, wenn ihr euer Gesicht, eure, achte, euer, euer, wenn ihr euer Gesicht eincremt. Das mache ich auch. Alverde sind fast nur Alverde Produkte. Ich finde das echt ganz gut. Ist auch erschwinglich und trotzdem noch gut. Und ich finde preis-leistungsmäßig ist die Hausmarke von DM auf jeden Fall gut. Dann habe ich noch so eine Creme, die ich, ich benutze es relativ selten. Vergesse es auch ziemlich oft, weil das irgendwie auch so eine Gewohnheitssache ist. Na du Kleiner, hütst du mich? Brauchst du Gesichtscreme? Der Hund cremt sich wahrscheinlich nicht ein, oder? Die ist auch von Alverde, die ist sehr gut. Kann ich empfehlen, falls er mal ein bisschen Falten bekommt, der kleine Rabauke. Ja, dann kriegt er was. Weil er soll nicht gucken, dass er nicht alles möglich frisst, was er so rumliegt. Jetzt zeigt er mir, was er davon hält und pießigt mir hier vor die Füße. Schönen Tag wünsche ich noch. Und zwar ist es diese Creme hier, wo ich gerade stehengebe, hat mich der Hund in der Hund. Dass ich irgendwie mich halt nie eincreme oder nie eingecremt habe. Immer trockene Haut, Hände trocken, Gesicht trocken. Ich muss mich das so ein bisschen so in meinen Kopf rein, macht das mal immer nach dem Duschen oder irgendwie sowas auch noch mit dem Händewaschen öfters mal eincreme. Auf jeden Fall habe ich das in letzter Zeit mit dieser Creme gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und zu guter Letzt noch ein Gesichtswasser. Meins war wieder alle. Aqua Gesichtswasser. Nach dem Sport, packt euch das in die Tasche für alle Jungs da draußen. Wenn ihr jetzt beim Training seid oder sowas, guck mal, er kann sich das auch bald mal benutzen. Wobei er wahrscheinlich noch reine Haut hat, ne? Da braucht noch gar nicht sowas. So, in seinem Alter wahrscheinlich noch nicht. Aber wenn ihr denn in den Alter kommt bei mir und dann dreckige Finger habt im Gym und sowas, könnt ihr auf jeden Fall das nehmen. In der Sporttasche mit einpassen. Danach mit Wattepads einmal das Gesicht sauber machen. Ihr werdet auch sehen, wie viel Dreck da zum Beispiel ist. Ja Leute, das war jetzt mal so ein kleines... Ich habe mir die vollste Brücke in ganz Berlin ausgesucht. Das war jetzt mal so ein kleines DM-Hall, speziell für die Gesichtspflege von mir. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gebt dem Ganzen mal einen Daumen hoch. Mein Name ist Marc Eggersetzmi. Ihr könnt hier abonnieren oder jetzt gleich am Ende des Bildes nochmal ein kleines Abo dalassen. Ich glaube, ich kaufe mir auch einen Hund. Ich habe total Bock. Schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr Hunde? Habt ihr Haustiere? Wenn ja, Hund oder Katze? Ich hätte richtig Bock, mir so einen Hund zu kaufen. Wenn ich die ganzen Leute sehe, wie nice ist das denn? Gemütlich mit seinen kleinen Streunern hier durch die Gegend gehen und so. Finde ich ganz gut. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Haustiere habt. Setzt mir euer Kanal für Mode und Leiste. Schönes Wochenende euch ein. Bis demnächst. Ich habe ein Video, wo ich dir Pisser. Ich hoffe, zu bellen. Und das ist scheiße. Und Spaß. Jetzt Leute schmeißen die Müll dahin. Machen wir hier auf ordentlich. Stellen das hier oben hin, damit der nächste einsammelt. Aber ist doch kacke, oder nicht? Ist das dein Müll? Sorry. Jungs, habt ihr beide hier gerade Kaffee getrunken? Dann könnt ihr aber auch die Scheiß wieder wegräumen. Komm, wir nehmen das mit auf ordentlich hier. Läuft die Kamera, ne? Läuft nicht mehr. Achso. Ist die Kamera aus? Weggeschmissen. Nein, komm.